Musik Und? Geht los oder was? Oh Gott, was sind das denn für Treppen? Scheiße! Okay, ab da oben muss ich wohl auch lang? Ja. Das ist interessant. Da ist er schon. Musik Oh Gott. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass du so schnell da durchgehst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Musik Das ist ja anstrengender als Training hier. 1,37, 1. Stopp! 1,40, 55. Das ist eine super Zeit, muss man sagen. Denke ich. Mach mal einen Spreenshot von. Ja, also man denkt echt, dass es komplizierter ist. Aber ist es gar nicht. Aber genau das ist das Komplizierte. Und ja, ich glaube, es wird ein sehr knappes. Es kommt glaube ich darauf an, wie er auf den Zwischenwegen ist. Wie schnell er da ist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja, das löst er natürlich clever. Er rutscht rüber, die Rollen so rüber. Da ist er. Er hat noch knapp eine Minute Zeit. Knapp. Knapp eine Minute. Ich glaube, er ist gut in der Zeit. 1 Minute und 7 Sekunden. Muss ich hier hoch? Ja. Ihm bleiben noch 20 Sekunden. Das wird richtig, richtig knapp, würde ich sagen. Wow. Ja. Reicht, oder? Reicht? Drei Sekunden. Genau drei Sekunden. Oh, yeah. Aber er hat auch alles gegeben, muss man sagen. Ey, ich bin da einfach aus Hingeflogen. Da hat er sich verdient. Hat er sich verdient. Pfff. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ei, ich bin da einfach lieb. Na, ich bin da einfach nicht. Ja, ich bin da einfach nicht. Ja.